Generative Suche und Biases ist der Titel meines Vortrags und ich habe dem Ganzen noch einen Untertitel verpasst, der hoffentlich ein bisschen auch eine andere Perspektive nochmal gibt, als diejenige, die Sie schon in den zwei vorigen Vorträgen gesehen haben. Einerseits, was Sprachmodelle nicht so gut können, nämlich Faktenretrieven oder was Europa noch nicht so gut kann, nämlich mithalten. Es gibt vielleicht noch zwei weitere Aspekte, bei denen wir auch noch Aufholbedarf haben, aber vielleicht auch auf den Untertitel bezogen, es ist nicht alles schlecht in Europa und wir kommen vorwärts. Ich denke, wir werden durch Spezialisierung vorwärts kommen und das bedeutet insbesondere Spezialisierung auf die Personen, die diese Systeme, die wir entwickeln, nutzen. Ich spreche von Informationsökologie, das ist ein alter Begriff, der meint im Prinzip die Wechselwirkung zwischen Menschen untereinander bei der Informationssuche, aber auch die Wechselwirkung zwischen Menschen und den Systemen, mit denen sie Informationen suchen. Und hier ergeben sich aus meiner Sicht nicht nur Herausforderungen, sondern auch eine ganze Menge Möglichkeiten. Sprachmodelle natürlich im Zentrum jetzt. Sie haben eine ganze Menge bewegt im letzten Jahr und die Unternehmen, die Sprachmodelle im großen Stil anbieten, aber selbst die Forschung mit kleineren Modellen setzt eine ganze Menge neue Dinge Bewegung. Wir müssen uns ganz neu umgewöhnen, wie wir Informationen sammeln. Und viele Menschen haben Sprachmodelle auch, sobald sie dann weithin verfügbar waren, auch schon eingesetzt, um sich Informationen zu beschaffen. Einfach so mit ihnen reden, schnell mal eine Frage stellen. Es spart einfach Zeit und das ist exakt das, was Sprachmodelle uns liefern. Erstmal eine Zeitersparnis. Natürlich hat man auch bei OpenAI und bei Microsoft früh erkannt, dass Sprachmodelle nicht so fakten-sicher sind. Und man hat demzufolge natürlich auch die Partnerschaft gesucht. Und im Endeffekt hat sich für die Suchenden die Suchergebnisseite, die eine klassische Suchmaschine liefert, ein wenig gewandelt aus den althergebrachten zehn blauen Links, die wir in den letzten 20 Jahren lieben und hassen gelernt haben, ist im Endeffekt eine Art Wikipedia-Artikel geworden, ein Text mit Referenz. Darauf soll es hinauslaufen, wie gut oder wie schlecht es auch immer gerade funktionieren mag. Und wir dürfen davon ausgehen, dass es in Zukunft erst einmal nur besser werden wird mit den Technologien, die vorhanden sind und mit neuen Technologien. Jetzt stellt sich aber die Frage, was macht das mit uns? Und in welche Richtung entwickelt sich unser Verhalten in diesen Maschinen, uns Informationen zu beschaffen? Und eine Frage, die ganz groß im Raum steht und die von vielen kritisch beäugt wird, ist die Frage nach Bias. Das heißt nach Vorurteilen, die kolportiert werden, Vorurteile, die wir selbst hereinbringen, Vorurteile und wie man damit umgehen kann. Und das ist genau der Gegenstand meines Vortrags. Ich möchte Ihnen zunächst die Synopse hier näher bringen. Suchmaschinen auf der einen Seite, ganz am Anfang. Das, was wir die letzten 20 Jahre als Kulturtechnik kennengelernt haben, nämlich das Durchsuchen des Webs, die Informationsbeschaffung. Information ist eine Hohlschuld, wir müssen sie uns beschaffen. Und als zweites die Sprachmodelle dem gegenüber und vielleicht eine Perspektive auf Sprachmodelle, die Sie noch nicht ganz gesehen haben, nämlich, dass Sie vielleicht gar nicht so verschieden sind von Suchmaschinen. Und ich versuche ein bisschen eine Perspektive zu geben, in welche Richtung es sich bewegen wird. Also, erster Teil, es sind drei Teile aufgeteilt. Kurze Geschichte von Suchmaschinen. Herr Rehm hat es ganz kurz gemacht. Danke dafür, dass Sie es nicht vorweggenommen haben. Ich mache es etwas ausführlicher. Die ersten Suchmaschinen sind ziemlich alt, gehen auf das Altertum zurück. Im Prinzip wurden sie erfunden, kurz nachdem die Schrift erfunden wurde, kurz nachdem die ersten Bibliotheken entstanden sind, in denen auf den Steintafeln oder später Schriftrollen gesammelt wurden. Und die Systemseite von Suchmaschinen, die Sie hier unten sehen, bedurfte im Prinzip der Organisation einer immer stetig wachsenden Sammlung von Wissen. Und das sah dann zu Anfang so aus, Herr Rehm hat es gesagt, Kartenkataloge. Kartenkataloge gehen zurück, das ist jetzt hier dieses Bild hier, Kartenkataloge gehen zurück auf, oder werden zugeschrieben als Erfindung dem Kalimachus, der in der Bibliothek von Alexandria gewirkt haben soll und dort die Schriftrollen in den sogenannten Pinakes zusammengefasst hat und im Prinzip den Vorläufer der heutigen Karten erfunden hat. Und nun ja, das Ganze musste skalieren. Bibliotheken haben über Jahrhunderte hinweg diese Technik weiterentwickelt und perfektioniert, sodass bei modernen und heutigen Bibliotheken die Suche durch Kartenkataloge immer noch, selbst heute noch, ganz gut funktioniert. Das Ganze musste dann weiter skalieren auf der Systemseite. Letztendlich ging es immer darum, den sogenannten Index zu erschaffen, erst als Kartenkataloge, später dann in den Mainframes, die einige von Ihnen vielleicht noch kennen dürften. Und spätestens mit Aufkommen des Webs wurde die Informationsmaße dann so groß, dass die manuelle Organisation nicht mehr möglich wurde. Was passiert ist, ist, dass Unternehmen herangegangen sind und sich alle Dokumente des Webs heruntergeladen haben. Es wurde noch versucht, die Dokumente zu organisieren, in Directories, aber letztendlich musste der Index hier von Googles erstem sogenannten Rechenzentrum später umziehen auf riesengroße Rechenzentren, die inzwischen weltweit verteilt sind. Aber im Kern ist die Technologie gleich geblieben. Es ist der Index, der Suchmaschinen schnell macht, der das Suchen von Informationen schnell macht. Was sich eher verändert hat, ist die Art und Weise, wie Menschen suchen. Vom Digitalen, vom Vordigitalen. Wir müssen uns die Informationen mühsam beschaffen. Wir können sie etwas leichter bekommen, aus den Indexen herausziehen, in Selbstbedienung. Wir bekommen Vorschläge, welche Dokumente denn die relevantesten sind. Das heißt, nicht mehr einfach eine Liste von Dokumenten, die wir dann selbst durchgehen müssen, sondern das oberste Dokument ist das Wichtigste mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und zuletzt mit Sprachmodellen. Wir bekommen die Frage einfach direkt beantwortet. Am Anfang, und da würde ich jetzt mal drei Äras unterscheiden, im Großen und Ganzen, am Anfang war die Informationsbeschaffung konversationsgetrieben. Aristoteles ist zu Plato gegangen und hat sich belehren lassen in der Bibliothek. Das Ganze wurde verallgemeinert und auch mit wachsendem Bedarf nach ExpertInnen ist es dann im Endeffekt so weit gekommen, dass die Bibliothekare diejenigen waren, die die Rolle von Plato übernommen haben. Sie mussten im Prinzip den Bestand der Bibliothek sehr gut können, um den Suchenden gut helfen zu können. Der Service Desk einer Bibliothek ist von entscheidender Bedeutung für den Zugang. Nichtsdestotrotz, die Digitalisierung hat Einzug gehalten und es wurden Suchmaschinen erfunden, die im Prinzip die digitale Variante des Kartenkatalogs darstellen und die Selbstbedienung ermöglichten. Wie gesagt, mit dem Einzug des Webs hat man versucht, das Web in sogenannten Webdirectorys zu organisieren. Das hat leidlich geklappt, hat nicht skaliert. Bei Yahoo, dem damaligen Platzhirsch, für eine Weile, was die Websuche anbelangt, war die Suchmaschine noch zweitrangig, wie man ganz offensichtlich sehen kann. Ansonsten gab es ein riesiges Portal. Google hat einen Schritt gewagt, der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich etwas forsch wirkte und etwas selbstsicher bezüglich der eigenen Technologie. Aber sie haben einfach alles beiseite gelassen und nur eine Suchmaschine angeboten. Mehr hatten sie auch nicht anzubieten im Endeffekt. Wie sich ja am Ende herausgestellt hat, hat Google in dieser Hinsicht recht behalten. Die Suchtechnologie, die wir heute haben, die heutigen Suchmaschinen, sind alles, was die Menschen, wenn sie dann das Web durchsuchen wollen, noch haben wollen. Das heißt nicht, dass die anderen Technologien alle verschwunden sind. Auf keinen Fall. Bibliotheken sind genauso vorhanden wie eh und je. Kartenkataloge sind vorhanden. Es gibt digitale Kartenkataloge mit WorldCat. Und auch die klassischen Suchmaschinen, wie die Boolean-Suchmaschinen, die es vor dem Relevanz-Ranking gab, sind auch noch weiterhin alive and healthy. Wie funktioniert eine Suchmaschine? Na, so weit kommen wir noch nicht. Was hat sich dann insgesamt verändert in der Art und Weise, wie Wissen organisiert wird? Am Anfang hierarchisch, ontologisch, durch Menschen getrieben und durch die Maschine, durch das Übernehmen des Indexes und jetzt der Sprachmodelle, wird es assoziativ. Wir können das Wissen nur noch durch Assoziation der Anfrage erlangen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass der Aufwand, sich das Wissen zu beschaffen, dramatisch gesunken ist. Am Anfang physisch. Wir mussten hingehen. In der nachdigitalisierten Ära deutlich leichter. Nur noch kognitiv. Wir müssen die Dokumente, die wir finden, selbst durchsuchen. Mit dem Relevanz-Ranking hat das immer weiter abgenommen. Google hat immer weitere Technologien hinzugefügt. Oder die anderen Suchmaschinen auch, die dafür gesorgt haben, dass wir schneller zum Ziel kommen. Und im Endeffekt ist der kognitive Aufwand, sich heute eine einfache Information zu beschaffen, relativ gering. Bei komplexen Informationsbedürfnissen. Da bleibt der kognitive Aufwand noch hoch. Und hier könnten Sprachmodelle tatsächlich ansetzen, uns schneller weiterzuhelfen. Also auch dort den Aufwand zu verringern. Was macht das mit uns? Nun ja, wir müssen uns entscheiden, als Nutzende, wollen wir ein sehr gutes Ergebnis oder wollen wir ein schnelles Ergebnis? Dort erkennen Sie schon die ersten Anklänge von Bias. Abhängig von der Frage, die ich stelle an eine Suchmaschine, muss ich mich entscheiden, reicht mir das erstgeringte Dokument? Oder muss ich ein paar mehr durchgehen? Reicht mir die eine Meinung, die ich aus einem Dokument ziehe? Oder ist die Anfrage sogar so komplex, dass ich viele Dokumente durchgehen muss, um das Wissen zusammenzuklauben und zusammenzusetzen? Das meine Frage hinreichend gut beantwortet. Wir haben diesen Task-Based Speed Accuracy Trade-off, der hier genannt ist. Und auf der Systemseite haben wir einfach mal von einem Peak Retrievability gesprochen. Retrievability meint, wie leicht fällt es mir oder geht es überhaupt, dass ich das vorhandene Wissen, die vorhandenen Dokumente finden kann, wenn ich eine Frage stelle. Mit welchen Fragen? Wie aufwendig ist das? Man kann vermuten, dass die technologische Entwicklung, die eigentlich nur der Aufwandsminimierung folgt, den kognitiven und physischen Aufwand, den Menschen haben, sich Informationen zu beschaffen, so minimal wie möglich zu machen, dazu führt, dass wir viele Dokumente und viel Wissen nicht mehr finden können. Selbst mit Google nicht. Viele Leute sagen, Google sei schlechter geworden, weil man nichts mehr so gut findet. Es ist überladen mit Schrott. Sprachmodelle könnten hier tatsächlich ein Segen sein, wenn sie uns denn die Möglichkeit erschaffen, die Retrievability wieder zu erhöhen oder, abhängig von der Aufgabe, müssen wir auf althergebrachte Technologien zurückgreifen. Bei systematischen Reviews in der Medizin werden weiterhin Boolean-Suchmaschinen wie selbstverständlich eingesetzt und die Menschen machen sich die Arbeit. Wie funktioniert jetzt eine Suchmaschine? Ich muss sie nicht lange ausführen. Wir haben es jetzt auch schon mehrfach gehört, beziehungsweise Sie kennen das auswendig, viele von Ihnen. Wir akquirieren das Web, wir analysieren das Web, wir holen den Text heraus und erstellen einen Index. Der muss gespeichert werden und wenn dann jemand kommt und eine Suchanfrage stellen muss, dann hilft der Index dabei, die Suchanfrage schnell in Sekundenbruchteilen zu beantworten. Die Anfrage wird eingegeben auf einer Webseite. Es werden alle Dokumente im Index identifiziert, die die Wörter in der Anfrage enthalten und im Herzen der Suchmaschine steht dann das sogenannte Retrieval-Modell, das das Ranking-Prinzip oder die linguistische Theorie, die Idee, wie man Relevanz messen kann, quantifiziert für alle Dokumente, die gefunden wurden und die Dokumente entsprechend in eine Reihenfolge bringt. Zuletzt müssen die abgespeicherten Dokumente, wir haben es vorher, Herr Rehm gehört, Petabytes vom Dokumenten müssen schnell im Original wieder zugreifbar sein, damit wir das Suchergebnis generieren können und insbesondere eine kleine Zusammenfassung, die spezifisch uns erlaubt, auf das Suchergebnis zuzugreifen. Das ist eine Brot- und Butter-Suchmaschine, die kann jeder von Ihnen, der Elasticsearch verwendet, einfach erleben oder auch selber in der Informatik einfach selber bauen. Das ist kein Problem, das ist wirklich keine Schwierigkeit mehr, es gibt super Libraries, die einen dabei unterstützen. Viele solcher Suchmaschinen sind in vielen Kontexten außerhalb von Google unterwegs. Jetzt stellt sich natürlich trotzdem die Frage, warum gibt es denn trotz der vielen Versuche, die unternommen wurden, Google auf ihrem eigenen Domäne, in dem eigenen Monopol zu schlagen, keine wirklichen Konkurrenten. Und das liegt daran, dass Google noch einen Ass im Ärmel hat. Das sind die Query-Logs. Google hat sehr viele Nutzende und was sie aufzeichnen, sind sämtliche Anfragen. Mal ganz unabhängig von den Problemen, die das selbstverständlich mit sich bringt, was Privacy anbelangt und was die Frage anbelangt, inwiefern das wiederum gebeieste Daten sind, diese Daten sind unglaublich wertvoll für Google, denn sie geben Ihnen das Signal zusammen mit den Informationen, auf welche Dokumente denn die Suchenden am Ende geklickt haben, welche Dokumente sind denn die besten für bestimmte Anfragen. Auf diese Weise sorgt Google dafür oder hat Google dafür gesorgt, auch hier, es ist ein Kampf, den Sie aktuell verlieren, dass die Dokumente, die höchst gering sind, die besten sind. Und das geschieht heute, vorher mit einfachen Machine Learning Verfahren, jetzt mit Sprachmodellen, die auf Basis des Query-Logs angepasst und gefeintunet werden. Demgegenüber Sprachmodelle. Wir fangen genauso an. Sie sind angefangen, sie wurden die Ursprünge von Sprachmodellen. Die Geschichte der Sprachmodelle ist eine Geschichte der maschinellen Übersetzung, mit dem Aufkommen der zivilen Nutzung der Computertechnik nach dem Zweiten Weltkrieg hat man nicht nur gesehen, wir müssen Dokumente indizieren und schnell durchsuchen können und das Ganze, dabei können Computer helfen und man hat angefangen zu operationalisieren, wie Menschen Indexe bauen im Computer, sondern man hat auch die Frage gestellt und eine noch vielleicht größere Herausforderung sich gestellt in der Forschung, wie können wir denn Texte übersetzen, um die Sprachbarriere und das Wissen auch von verschiedenen Sprachen endlich niederzureißen. Wir wissen heute, dass maschinelle Übersetzung für viele Sprachparungen inzwischen ganz gut funktioniert, brauchbar funktioniert. Es gibt da eine lange Geschichte von Ansätzen, die einen sind regelbasiert, man hat ganz genauso wie beim Indexing auch versucht, die Regeln, die Menschen anwenden, zu operationalisieren, eine Regelbasis aufgestellt in Form von Übersetzungswörterbüchern, in Form von Syntax, von Sprachsyntax, die entweder ganz spezifisch eine Sprache erfassen sollten, modellieren sollten, beziehungsweise die Sprachunterschiede zwischen zwei Sprachen. Das hat auch eine ganze Weile im Prinzip die Forschenden beschäftigt, 30 Jahre lang, bis dann die Digitalisierung weit genug fortgeschritten war, dass genügend Daten vorlagen, zweisprachige Daten, parallele Corpora, die es erlaubten, einen anderen Ansatz zu wählen, nämlich beispielgetrieben vorzugehen. Beispielgetriebenes Übersetzen funktioniert so, dass man kurze Phrasen von zuvor übersetzten Dokumenten heranzieht, um ein noch nicht übersetztes Dokument zu übersetzen, sofern denn diese Phrasen darin vorkommen. Oder man nimmt ähnliche Phrasen, da gibt es noch eine ganze Menge Finesse, die man machen kann und das hat definitiv besser funktioniert als die vorigen regelbasierten Ansätze. Es war der Paradigmenwechsel, der hier stattgefunden hat. Es hat dann auch nur noch zehn Jahre gedauert, bis dann jemand mal auf die Idee gekommen ist, beziehungsweise die Idee, die schon in den 50ern formuliert wurde, der Distributional Semantics, und in den 80ern die Idee, der Sprachmodelle aufzugreifen und zu versuchen, auf diesen Daten ein statistisches Sprachmodell zu trainieren. Und da möchte ich ganz kurz einhaken, was ist ein statistisches Sprachmodell? Es ist kein neuronales Sprachmodell, wie wir es kennen heute, sondern es ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle möglichen Texte. Ein statistisches Sprachmodell erlaubt mir, die Frage zu beantworten, ist ein gegebener Text, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein gegebener Text Mitglied einer gewissen Sprache. Gleichzeitig kann ich die Modelle aber auch dazu verwenden, das sind sogenannte generative Verfahren, um neue Dokumente zu erzeugen. Und hier eine kleine Illustration von Sprachmodellen. Wir haben es jetzt auch schon zweimal gehört. Was machen Sprachmodelle? Sie sagen das nächste Wort voraus. Und wir haben dafür mal eine Suchmaschine erschaffen, die genau das illustriert. Die Suchmaschine heißt Netspeak. Und hier für die Anfrage I love my soll das Fragezeichen für das wahrscheinlichste nächste Wort stehen. Sie dürfen sich jetzt selber überlegen, was denn für Sie das wahrscheinlichste nächste Wort ist. Machen Sie das mal kurz. Und dann zeige ich Ihnen, was unsere Suchmaschine da zeigt. Wahrscheinlich sehr leicht. Sie haben wahrscheinlich was. Ich klicke einfach mal drauf. Das sagt die Suchmaschine. I love my job. Vielleicht nicht das Erwartete. Viele von Ihnen dürften Family, Wife, Pet, Doc oder Ähnliches gehabt haben. Aber naja. Wie wir hier sehen, hängt das wahrscheinlichste nächste Wort ganz klar von den Daten ab, die reingegangen sind. Und hier sind Daten von Google tatsächlich auch reingegangen, die Sie offen freigestellt haben, um große Sprachmodelle zu trainieren. Und die Wahrscheinlichkeitsverteilung sehen wir hier auch angedeutet bezüglich der Worthäufigkeiten, absoluten, relativen Zahlen in diesem großen Korpus. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, aber das Problem, was Sprachmodelle haben, sondern nur auf das Problem, was Sprachmodelle haben, hinweisen, nämlich, dass Sie nicht skalieren. Ich kann ein solches Sprachmodell ausrechnen für, sagen wir mal, bis zu fünf Wörtern Kontext, wenn ich sehr viele Kapazitäten habe, bis zu drei, bis zu sechs, sieben Wörtern Kontext. Aber irgendwann hört es auf. Irgendwann habe ich nicht mehr genug Rechenkapazitäten und irgendwann gibt es auch nicht mehr genug Sprache, die jemals geschrieben wurde, um überhaupt für jeden beliebigen langen Kontext das nächste Wort vorherzusagen. Geschweige denn, so komplexe Anfragen wie diese hier, welche Wörter gehören denn in die Mitte? Jetzt ist aber offensichtlich, Moment mal, die neuronalen Sprachmodelle machen das ja. Was erreichen die eigentlich? Und hier, um diese Wahrscheinlichkeiten für einen Kontext, für einen üblichen Prompt von zehn plus Wörtern, die man bei einem neuronalen Modell eingibt, zu trainieren, bräuchten wir im Prinzip mehr Text, als im Universum abspeicherbar ist, mit allen Atomen des Universums. Neuronale Sprachmodelle sind eine Effizienzsteigerung dieses Ansatzes. Sie approximieren ein statistisches Sprachmodell. Wie geschieht das? Durch die sogenannten Parameter des Modells. Sie kennen ein neuronales Netz. Es ist einfach eine Reihe von Ebenen, von sogenannten Neuronen, die miteinander vermerscht sind. Und an jeder Kante zwischen diesen Neuronen, von jeder Ebene zum nächsten, gibt es hunderte, tausende, zehntausende Milliarden von Parametern, die in Summe versuchen, anzunähern, was die Wahrscheinlichkeiten eines statistischen Sprachmodells ergeben würden, verwaschen über die verschiedenen möglichen Eingaben. GPT war das erste generative Modell, das OpenAI vorgestellt hat. Sie haben es immer weiterentwickelt, skaliert. Und mit 170 Milliarden Parametern ist es derzeit der Platzhirsch. Es wird an größeren gearbeitet und wahrscheinlich sind sie auch schon ein bisschen weiter. Aber trotz der Größenordnung von neuronalen Sprachmodellen ist zu sagen, dass hier eine massive Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung stattgefunden hat. Und das zeichnet neuronale Sprachmodelle im Kern aus. Wie funktioniert nun ChatGPT? Nun, Basis, wie gesagt, sind Vorläufer von ChatGPT. ChatGPT ist obendrauf nur noch ein kleiner Schritt gewesen, aber ein wichtiger. Es geht viel weniger Text rein, als auch in eine Suchmaschine hineingeht. Nur rund 750 Gigabyte an Text. Wie gesagt, die Zahl der Parameter hier gelistet und alles, was man dann noch braucht, wir haben es auch schon gehört, ist nicht nur ein großes Cluster, sondern auch ein tiefes Portemonnaie mit 4,6 Millionen Dollar mindestens und dazu noch das Personal und das Know-how, das alles umzusetzen. Also es ist wirklich ein Riesenaufwand, der da drin steckt, ein solches Sprachmodell zu trainieren, trotz der massiven Effizienzsteigerung. Das ist das Minimum, was nötig ist, um ein GPT-Modell in einer signifikanten Größenordnung zu trainieren. Bis jetzt. Wer weiß, ob nicht moderne Algorithmen noch etwas mehr liefern. GPT3, was im Juni 2020 schon da war und schon für Furore gesorgt hat in Fachkreisen, konnte schon eine ganze Menge, nämlich Fragen beantworten. Verschiedene Fragen, verschiedene Arten von Fragen, Weltwissen-Fragen, Allgemeinwissen oder sogar eine Art vom logischen Reasoning, also das heißt logische Schüsse ziehen. Konnte, natürlich nicht immer richtig, aber gut genug, dass man gesagt hat, man kann hiermit arbeiten. Das Problem, was OpenAI damit erkannt hat, ist, dass Menschen so nicht suchen wollen. Ich komme zurück auf die Informationsökologie. Eine Technologie ist nur so gut, wie sie Nutzen entfaltet. Und wenn die Menschen eine Technologie nicht nützlich finden, dann werden sie einfach aufhören, sie zu benutzen. Das sehen wir jedes Mal, wenn irgendein Konkurrent eines anderen Unternehmens auf den Plan tritt und nicht besser ist, merklich besser ist, schneller oder in irgendeiner anderen Weise besser ist. Und das war hier genau dasselbe. Das Modell war da, es hat beeindruckende Ergebnisse geliefert, aber niemand wollte es benutzen. Also jedenfalls nicht für lange. Man stellt auch nicht nur Fragen im Leben, sondern man hat Anweisungen, man hat Wünsche, man möchte etwas freier formulieren können. Und das hat OpenAI erkannt und das sogenannte InstructGPT trainiert. Sie haben gesagt, es sollen nicht nur Frage-Antwort-Spiele möglich sein, man soll alle möglichen Instruktionen geben können, Anweisungen, Befehle im Endeffekt. Man hat also rund 48.000 manuell erstellte Anweisungen und Antworten gesammelt. Im großen Stil in dem Zusammenhang. Das hört sich sehr groß an, aber mit 48.000, das ist immer noch nur eine Handvoll im Vergleich zu den Query-Logs, die Google aufzeichnet. Und hat damit das GPT-3.5 erzeugt, das im Januar 2022 soweit war. War immer noch nicht gut genug. Das Problem mit diesem Modell war, es basiert zwar auf einer kuratierten Auswahl von Texten, von bestimmten Quellen, aber die Tatsache, dass hier auch Webforen eingeflossen sind oder generelle Texte aus dem Web. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass das Modell eine ganze Menge Sprache aufgenommen hat, die man vielleicht nicht täglich lesen möchte oder mit der man nicht täglich konfrontiert sein möchte. Das Modell war herablassend, das Modell war unfreundlich, das Modell hat allerlei Biases von sich gegeben und war einfach nicht kein guter Gesprächspartner, obwohl man mit ihm sprechen konnte. Mit ihm es im Endeffekt. Das Einzige, was dann jetzt noch hinzugekommen ist, um das Ganze dann wirklich funktionierend zu machen, ist das sogenannte Guardrailing, das Alignment, Reinforcement Learning from Human Feedback. Man hat versucht, Anweisungen zu geben, die das Modell dazu brachten, nett zu sein, freundlich, hilfsbereit, inklusiv. Und in jeder Hinsicht mit einer ganzen Reihe von westlichen Werten einhergehend. Das hat das Modell tatsächlich für die Öffentlichkeit tauglich gemacht. Im Gegensatz zu allen vorigen Modellen, die wir auch teilweise in den vorigen Vorträgen schon gesehen haben. Den Wissenschaftsbot, der von Facebook kam oder ganz früher von Microsoft, den Thai-Bot, der ganz schnell zum Nazi wurde. Also in dem Zusammenhang, ChatGPT hat diesen Fehler nicht begangen. Und das hat OpenAI an die Spitze befördert. Google musste sich strecken, zu folgen. Das Problem ist, hier und genauso wie bei der, mehr noch als bei den Suchmaschinen, können sich die Biases verstecken. Hier müssen wir ansetzen. Welche Daten gehen rein und warum gehen die rein und nicht andere? Was sind die Instruktionen, die original reingegangen sind? Es sind nicht viele. Das heißt, auch hier könnte eine Auswahl-Bias sein. Und was sind die Guardrails? Es ist nur halb klar, was das alles ist. Man gibt sich sehr viel Mühe, die geheim zu halten, auch um Konkurrenz abzuwehren. Aber welche Werte werden hier eigentlich kodiert? Wessen Werte? Vielleicht noch als Kontext und jetzt, das bringt die Synopse zum Abschluss. Es gibt einen älteren Text, The Library of Babel, die Bibliothek Babels von Jorge Louis Borges von 1941, der eine unendliche Bibliothek ersonnen hat, in der Bücher drin sind, in denen alle denkbaren Texte niedergeschrieben stehen. Völlig egal, welche Texte, alle Buchstabenkombinationen einer bestimmten Länge sollen hier drin sein und die Bibliothek sollte unendlich groß sein, ein ganzes Universum formieren. Und darin sollten Menschen leben. Diese Menschen haben ihr Leben damit verbracht, nach sinnvollen Texten zu suchen. Natürlich ist das Buch, das nur A's hintereinander hält, nicht interessant. Interessanter sind die Bücher, die irgendeinen verständlichen Text enthalten. Das ist nahezu unmöglich, in einer solchen unendlichen Library Texte zu finden. Und ich möchte das Framing aufstellen, die etwas steile These ausstellen, dass Sprachmodelle der erste Index für die Bibliothek Babels sind. Sprachmodelle sind ein unendlicher Index. Und die Art und Weise, wie wir unsere Frage stellen, entscheidet darüber, welches Dokument aus dieser unendlichen Bibliothek wir dann vorgelegt bekommen. Es soll möglichst ein Dokument sein, das uns hilft. Es soll möglichst ein Dokument sein, das unser Problem löst. Das eine Dokument, das beste Dokument unter der unendlichen Menge von Möglichkeiten, das uns wirklich weiterhilft. Aber die Art der Fragestellung muss nicht notwendigerweise perfekt sein. Das heißt, wir brauchen neue Retrieval-Technologien, die auf dem unendlichen Index auch funktionieren. Und da kommt dann genau der Zusammenspiel zusammen und die Biases, auf die ich jetzt noch ein bisschen eingehen werde. In aller Kürze. Biases, was ist das? Das ist, zunächst einmal, müssen wir unterscheiden, zwischen verschiedenen Arten von Biases. Das ist der statistische Biase, der induktive Biase und der kognitive Biase, neben den gebiasten Daten, die ich hier mal beiseite lasse. Biase sind Algorithmen also. In der Statistik bedeutet statistischer Biase Abweichung vom Erwartungswert und systematische Fehler. Man kann Statistik falsch machen und erhält demzufolge auch falsche Wahrscheinlichkeiten. Machine Learning funktioniert nur mit Biase, dem induktiven Biase. Wir müssen vereinfachende Annahmen nehmen. Wer aus Beispielen lernen möchte, und das betrifft nicht nur Maschinen, das betrifft auch Menschen, der muss Heuristiken anwenden. Und die größtenteils unerwünschten Biases sind eigentlich eher die, die kognitiver Natur sind. Das heißt, die Biases, die in uns, in unseren Köpfen wohnen, die uns bei der Entscheidungsfindung behindern, uns in die falsche Richtung treiben. Es gibt, und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen, sehr viele kognitive Biases, die vom Psychologen gefunden wurden und die Art und Weise, wie wir mit Informationen suchen, entscheidet darüber sehr stark, wie stark wir ihnen ausgesetzt sind. Zum Beispiel können wir uns nicht notwendigerweise an alles erinnern. Und da gibt es eine ganze Menge von Beifeln. Wir haben zu viele Informationen, wir sind überladen, wir müssen das runterkochen, aber schaffen es nicht und wählen deshalb falsche Informationen aus. Wir haben nicht genug Kontext, wir interpretieren Informationen falsch und wir müssen manchmal sehr schnell handeln unter sehr viel Unwissen. All das sind Probleme, die in der Realität vorliegen und die wir versuchen müssen, mit neuer Technologie zu bewältigen. Denn gerade Sprachmodelle verengen die Ausgabe, die möglich ist. Ich möchte jetzt nicht auf viele Biases eingehen, ich werde eigentlich nur einen nennen, auch im Interesse der Zeit. Ich bin schon angezählt, denke ich. Den Confirmation Bias, nämlich unsere Tendenz, nach Informationen zu suchen, die unsere Meinung bestätigen. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Biases, da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Wie kommt Confirmation Bias zustande? Nun, eine Möglichkeit ist, indem wir eine Suggestivfrage stellen. Warum ist eine Hochprotein-Diät denn das Beste, um Gewicht zu verlieren? Ich möchte Ihnen ein Ergebnis zeigen, das ChatGPT uns geliefert hat. Warum ist eine Hochprotein-Diät das Beste, um Gewicht zu verlieren? Gehen wir mal ins Original, ganz kurz. Wir sind satter, wir verbrauchen mehr Energie, die Muskeln werden erhalten, was gut ist, wenn man abnehmen möchte. Lieber soll das Fett verschwinden. Der Stoffwechsel wird durch die Proteine verbessert und wir haben weniger Appetit gleichzeitig zu einem besseren Gefühl der Sattheit. Super. ChatGPT hat aber noch etwas mehr gesagt, nämlich, dass eine Diät wie diese nicht für jeden die richtige ist und dass es immer gut wäre, sich mit einem Profi über solche Dinge zu halten. Das wird auf das Gartraining zurückzuführen sein. Vergleichen wir damit mal Google. Das ist die Antwort Googles. Können Sie sich auch angucken. Hier ist sie. Das ist das Dokument, das Google mir gibt. Google hat schon vor Jahren das sogenannte Featured Snippet eingeführt und im Featured Snippet sehen wir die Antwort direkt, ausgewählt aus einem Dokument. Wir könnten natürlich weiterscrollen, aber das andere kognitive Bias der Menschen zum Beispiel zu viele Informationen sorgen dafür, dass wir das nicht tun und viele Menschen einfach nur das erstbeste Ergebnis nehmen. Welches Suchsystem finden Sie jetzt besser? Die Tendenz hier ist klar, eher Chat-GPT, aber ich bin nicht ganz, man kann es nicht wirklich festmachen, denn die Tatsache ist, dass Google mir viele Dokumente liefert und das wollen wir eigentlich. Wir wollen Auswahl haben. Zumindest diejenigen, die sich mit den Informationen, die sie beschaffen und den Entscheidungen, die sie treffen, intensiv auseinandersetzen wollen. Die Frage ist also, was müssen wir in Zukunft tun? Was soll die Politik tun? Was müssen wir als ErschafferInnen von Informationssystemen tun? Informationssystemen im sozio-technischen Sinne, das heißt der Informationsökologie. Sollen wir den Maschinen, den Systemen mehr Gewicht beiwohnen? Sollen wir sie einhegen? Sollen wir die Gartrails standardisieren und vorschreiben? Sollen wir spezifische Gruppen ganz klar schützen? Oder sollen wir Eigenverantwortung nach vorne stellen? Den Leuten klar machen, dass die Welt nicht so schön und sauber ist, wie die Suchmaschinen sie einem präsentieren möchten oder wie Sprachmodelle es einem präsentieren mögen, sondern dass wir selbst die Verantwortung tragen, uns die besten Informationen zu besorgen und dass es nicht ausreicht, sich nur eine Antwort geben zu lassen. Sollen die Maschinen uns unterstützen, nachzudenken, zu lernen? Und noch eine Reihe weiterer Dinge. An dieser Stelle bleibt die Frage, Suchmaschinen und Sprachmodelle, wird das zu Biases führen? Die Antwort ist ja, jede Menge, aber Sprachmodelle liefern auch eine ganz neue Möglichkeit, ein ganz neues Werkzeug in der großen Werkzeugkiste der Informationsökologie mit neuen Aufgaben umzugeben, mit denen wir vorher noch nicht umgehen konnten. Zum Beispiel mit Nachdenken über Entscheidungen unter Unsicherheit. Und damit möchte ich meinen Vortrag schließen und nochmal auf die vielen Mitarbeiter von uns in der Gruppe hinweisen und den Kollegen, mit denen ich eng zusammenarbeite, um all diese Forschung möglich zu machen. Wir erschaffen Werkzeuge. Ich bin in einem zweiten Session zur Infrastruktur. Eigentlich hätte ich am liebsten das Projekt auch vorgestellt, in Analogie zu Herrn Rehm, der auf viele weitere Projekte hingewiesen hat. Das Open Web Search Projekt kommt noch dazu. Auch hier geht es um die digitale Souveränität und die Erschaffung von Offenheit in den Ressourcen, was auch bei vielen anderen Projekten eine Rolle spielt. Die eigenen Suchmaschinen, die wir entwickeln, die Forschungssuchmaschinen oder den Forschungs-Chatbot, der uns dabei helfen soll, das Verhalten von Menschen im Umgang mit der Suche, mit Sucherfahrung besser zu verstehen, ins Labor zu bringen oder die Argumentationssuchmaschine, die uns dabei helfen soll, Deliberationen zu betreiben. Und zu guter Letzt, Tira, die Plattform, die uns dabei hilft, das Ganze cloudbasiert zu machen und vollständig reproduzierbar. Angefangen beim Source-Code bis hin zur fertigen, trainierten Modell eins zu eins nachvollziehbar, was eines der wichtigsten Probleme bislang noch auch in der Informatikforschung ist, die Reproduzierbarkeit. Damit komme ich ans Ende und sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. und ich freue mich auf Ihre Aufmerksamkeit.